Können wir das machen, ein bisschen vorkommen oder so? Ja. Und wie gesagt, im hinteren Teil soll eventuell das so sein, dass da welche sich aufhalten. Okay. Das brauchst du ja nicht, du siehst ja nicht krass, du bist ja nicht so ganz so. Alter. Das ist doch groß, das ist doch eine Halle. Ja. Das ist jetzt nicht das Nebengebäude, die rechts sind, weißt du? Ja, ab und leider. Das ist doch ein Vogel. Hat leider nicht so viel Geld. haha Ja, willkommen zum neuesten Video auf meinem Kanal. Ich bin heute in einer Spaces mit einem anderen, den ich auf meiner Webseite getroffen habe. Und ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß. Ich muss kurz meine Atemschutzmaske aufsetzen. Und dann wieder in diesem Video. Da geh ich nicht rein, ist ungefährlich. Einfach Geld gefunden. Geil. 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 Okay. Okay. Oh, die Atme. Oh, die Atme. Oh, die Atme. Es gibt auch ein zweites Dockwerk, aber da gehe ich alleine nicht hoch. Zu viel Schiss. Ich muss meine Maske aufsetzen, ich kann nicht atmen. Ich kann nicht atmen. Ah, ich bin alleine. Bist du noch da? A? 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 Das war's. Das war's. Das war's. Oh, mein Gott. Ah, und ich hab mich schon überall gesucht. Schnitt, 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 Schnitt. Ah. Ist das in der Foyacht oder was? Ah, mein Gott.